wo sind unsere ranz hin eigentlich unsere super ranz ich habe keine ahnung das lief doch sonst mal so gut ja ich weiß nicht weil ich mit jump wieder jumpy ist irgendwie abgemeldet dort seinen pass auf exile irgendwie diese woche und mich also toxic hat sich noch nicht gemeldet sein pass naja dann hat er irgendwie ist da so ein event und er ist da irgendwie in seiner gruppe drin muss moderieren glaube ich ja moderieren nach machte das irgendwie youtube mäßig oder twitch glaube jetzt schütze habe ich abgekriegt was das habe ich abgekriegt ja von mir island keine ahnung schenk mal von linken von hinten hinter uns da kommt das hier flogen aber ich muss die halbe türen jetzt habe ich aber auch was abgekriegt das kam vor kam mir vor als was aber rein ich kann nicht gerade ich bin vergiftet es ist von hinter uns aber ich sehe niemanden wird es mich verarschen das ist es ja da kannst du schlagen schießen ist aber noch einer ein einer ist genau ja habe einen noch einer hier weiß nicht wo ich sehen dahinten gut gut schön die hätten sind wo sich ja du hast zwei unterstützte tötungen und nach meinen sie mit zeiten die haben das jetzt schlecht gespielt dann geht man mit sparks scheitern verein und hock sie ganze gebüschen und dort ist lustig sie wissen nicht wo das herkommt dann schießt der eine dann konzentrieren sich da irgendwie da oben natürlich der andere alle zwei der tatsache ne ich bleibe bei der silent wie stark ist die denn vom schaden her ok damit kann ich leben alle zwei identisch ausgerüstet ja und hat sich so angehört ja ja da sind sie auch ganz hinten am zaun einer hat ein hit einer drin für den anderen hat kann äh weiß ich nicht was für was oder sowas die belge ob ich komm her du blöder zombie ja lebe irgendwie von links getroffen da hinter der hütte nein scheiß fährt wieder getroffen das ist doch mal schön wenn jeder schuss einfach mal sitzt wieder getroffen die haben gleich keine heilung mehr ich habe jeden mindestens zum zweimal getroffen ich glaube die sind ins haus reingekommen ja ja die sind drin die suchen heilung oder sowas stimmt und einer tot er hat keine heilung mehr gehabt jetzt kommen zombies ey okay push du den gerade hat er aushebeln oder hattest du aushebeln ist er rausgegangen oder ist er drin ich habe nicht noch was müssen noch drin sein wahrscheinlich in diesen mittleren da gibt es ja noch so ein mittelding so eine mittelkammer ist auch tot okay ja ne lebelle die nehm ich mit und die bohren einem na kann auch jetzt hier die nehm ich mag ich irgendwie mehr als die picks oh was hast du hier liegen keine heilung mehr was mags ja hab ich da hingelegt wie ich hatte die hat der hatte ne lebelle oh fünf schuss hast du nur noch drin gelassen ja ich hab die ja auch runtergeballert dass die keine heilung mehr hatten darum ist ne kiste so ne konsumable wenn du willst da ist munition ist ja gut die machen den schon unten glaub ich ne hat sie sollen gehört ist weiß boah wollen wir jetzt wagen pff mal gucken ob ich eine Axt finde oder sowas ich renne mal durch oh ja oh ach kommt ihr bis hier rein oh das ist immer wieder erschreckend machst du nicht wein hehehe 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 ach ne Axt sehr schön so komm her specki ich höre Köder bellen irgendwie bei euch bei euch damals hab ich wusste ich nicht mal ganz am Anfang noch ziemlich den unter wusste ich gar nicht dass es zwei maps gab für mich war das immer einer er klatsch wie direkt einer das weiß ich gar nicht mehr das weiß ich gar nicht mehr ob mir das auch so ging mir ist gleich ein Balken schon weggebrannt ui wird Zeit dass wir ihn töten ja der macht mich sowieso mit einem hieb bin ich platt oh da stiefel der fetter wie denn was denn ich komme brennend oh da ist er alter mir sind gleich zwei Balken weggebrannt zwei kleine aber ne er kommt auch hier raus alter ja klar aber doch mal das hat er noch nie gemacht uaaaaa renn na danke hast du zwei kleine weg oder was ja ok du kriegst den dann wieder du kriegst ja wieder dieser fett klops uaaaaa der ist sonst nie bis da rausgekommen jetzt kriegt er es nein er ist nicht tot doch er ist tot doch jetzt drei Balken verbrannt asozial so ein scheißviel du hast drei Balken verbrannt ja also wie viele hast du jetzt wieder gekriegt nur zwei oder was mhm hör mir auf dieser idiot ich dachte du hast nur zwei weggebrannt ja aber jetzt beim nächsten beim jetzt beim angriff hat er mir nochmal eine reingedrückt du scheiße ja dann machen wir mal lucky lucky warte ich mach das und ja auf 225 relativ nah muss ich sogar sagen hinterm weißen Haus ungefähr ok ich weiß nicht ob da zwei waren ok ich gucke nochmal ich gucke nochmal ich gucke nochmal nein ich äh hinten auf 225 ihm fällt ja mal hinten ich hab' beide geguckt ne hm Wo ist der hingerannt? Da ist er doch, mehr doch nicht. Das sieht immer nur so aus, weil das gewendet wird. Da ist doch doch was. Ich sehe ihn noch nicht. Ein Hit hat er und das war's für ihn. Cool. Geschichte aus die Maus. Ich hab den nicht gesehen. Der wurde geschossen. Ich hab noch das Möbungsfolge gesehen, aber ihn nicht. Dann kam ein Zombie und dann ist er weggerannt. Das war also sein Tod, da er flog da. Bei ihm ist noch ein Partner am Baum. Wie? Da war noch einer. Einer ist weggerannt. Das ist der sogar. Wie hat der das denn über... Ich hab den zwei Hips gegeben. Zweimal mit der... Lebel. Wo ist der hingerannt jetzt? Keine Ahnung. Irgendeiner von uns hat er erschossen. Du. Zweimal mit der Lebel hab ich den angeschossen. Da hab ich gedacht, der wär jetzt tot. Und was ist? Hm. Gibt's doch gar nicht. Wo ist ein schmieriger Pop noch? Das war nur er. Wohl. Achso. Boah. Da kletterst du hoch, runter und dann ist er oben wieder. Boah. Das Glock ist ab. Dauert ewig. Boah. Immer wenn ich die schlage, schub die mich um. Oder rennt an mir vorbei. Du brauchst dich ja mal drauf schlagen. Sonst ist das so gut wie gar nicht. Die spinnt schon mal komplett. Boah. Die spinne ist doch so ein ätzender Gegner. Ja. Weil die eben mal rum rennt. Vor allen Dingen seitdem sie die verändert hatten, rennt die dich tausend mal um. hängt Millionen mal an der Decke, springt dich um und rennt durch die Torch. So, noch eins, zwei Schläge. Okay. Hier. Vollstandsgruppe. So, volles Leben wieder. Wo erp allocate zu. If you're going to be again, Oh, you're going to be good.